Herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Hahn. Zusammen mit einem fakultätsübergreifenden Forscherteam möchte ich Ihnen heute unser Projekt vorstellen Emotion AI. Das sind Algorithmen, die eben die Emotionen oder Stimmungen oder auch die Aufmerksamkeit von Nutzern messen können, wenn diese mit digitalen Systemen interagieren. In diesem Forschungsprojekt fokussieren wir uns nun auf Autofahrer, die in einem zukünftigen selbstfahrenden Auto fahren. In der nahen Zukunft wird es immer noch Situationen geben, in denen man wieder das Steuer übernehmen muss, wenn eben die Algorithmen das Auto nicht selbst fahren können. Und da erforschen wir gerade verschiedene affektive Sound-Signale und auch Lichtsignale, wie man sie quasi wieder auf das Fahrgeschehen aufmerksam machen kann. Wenn Sie Lust haben teilzunehmen, sind Sie herzlich eingeladen, zu dem Teststand ins Josephs zu gehen. Hier werden wir einen offenen Teststand haben, wo Sie dieses Szenario auch mal selbst erleben können. Kantons Untertitelung des ZDF, 2020